Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder. Dieses Bucket-Tutorial geht jetzt diesmal darum, wie man einen Sprung simulieren kann. Beziehungsweise wie der Player einfach in so ein paar Blöcke in die Luft befördert wird. Die Frage gab es in den Kommentaren und die werde ich jetzt einfach mal in einem winzig, 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 winzig kleinen Tutorial beantworten, weil es ist wirklich mega leicht. Man wird auf den Lapis Lazuli-Block klicken und dann einfach 5 Blöcke hochkatapultiert werden. Und das Schwierigste dabei ist wahrscheinlich einfach, dass man auf den Lapis Lazuli-Block klickt. Dazu mache ich mir eine neue Klasse. Die nenne ich onclick-lapis, keine Ahnung, ich habe sie irgendwie genannt, implementiert den Listener. Wir machen uns also einen ganz normalen Event-Listener, wie ich es auch schon in mehreren Tutorials vorher erzählt habe und erklärt. Nehme Add-Event-Handler, Public-Void-Execute, nenne ich, wie ich will. Und hier drin kommt mal wieder das Player-Interact-Event-EVT. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, aber ich nenne es irgendwie immer EVT. Okay, wir holen uns den Spieler, der klickt. Player-P ist gleich EVT.getPlayer, wer ist das nicht? Und der Block, der geklickt wurde. Block EVT.get... na, was mache ich denn? Block-Block gleich EVT.getKlicktBlock. GetBlock gibt es hier seltsamerweise nicht. Also es gibt es so ziemlich bei aller Klasse, bei jeder Klasse, getBlock oder so. Aber hier heißt es getClickedBlock. So, jetzt wollen wir wissen, wenn der geklickte Block lapis-lazuli ist, dann passiert irgendwas und ansonsten nicht. Deswegen sagen wir jetzt einfach ifBlock.getType, kriegen wir ein Material. ist gleich Material.lapis-Block. Lapis-Or hätten wir auch nehmen können, aber Lapis-Block ist dieser komplett blaue. So, wenn das der Fall ist, dann wird der Spieler nach oben katapultiert. Und jetzt kommt's. Das ist der ganze Witz. P.setVelocity auf einen Vektor. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was ein Vektor ist. Ein Vektor ist wie eine Koordinate, zumindest sieht sie offen erst, also sieht der Vektor ein bisschen so aus, mit x, y und z-Werten. Schreiben kann ich auch nicht. Und dann nehmen wir hier den Vektor von Bucket. Java hat auch einen direkt, aber wir brauchen Bucket. Der Vektor sagt einfach mit x, y und z-Koordinaten, in welche Richtung, also gibt eine Richtung an. Also wenn ich sage Vektor 1, 1, 1, dann wird er von dem Standpunkt, wo er jetzt ist, in Richtung 1, 1, 1 in x, y und z-Richtung bewegt. Dazu ist jetzt zu sagen, dass bei Minecraft ja y die Höhe angibt und nicht z, wie es eigentlich ist. Deswegen sagen wir 0 in die x-Richtung. Irgendetwas in die y-Richtung nach oben und 0 in die z-Richtung zur Seite. Und jetzt kommt das Seltsame. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wieso. Aber ich habe rumprobiert, wenn ich jetzt einfach sage 5 nach oben, könnte man ja denken, jetzt wird man 5 Blöcke nach oben katapultiert. Aber nicht, nee. Man wird gefühlte 500 Blöcke nach oben katapultiert. Deswegen habe ich rumprobiert und bin zu dem Erschluss gekommen, ich schreibe hier Vektor 0, 2, 0 rein und multipliziere mit Punkt Multiply mit 0, 5. Ich weiß nicht, wieso. Aber das katapultiert einen 5 Blöcke nach oben. Deswegen mache ich es einfach immer so. Ich nehme immer Vektor 0, 2, 0, multipliziere mit 0, und dann die Anzahl der Blöcke, die ich nach oben möchte. Wenn es über 10 ist, dann machen wir eben 1 Komma und so weiter. Ihr wisst, wie ich es meine. Ja, das ist es schon. Jetzt registrieren wir das Event noch ganz schnell in unserem OnEnable. Das geht eigentlich auch viel einfacher, als ich es sonst immer gemacht habe. Es reicht, wenn ihr getServer macht, Punkt getPluginManager, Punkt RegisterEvents. Ihr braucht einen Listener und da könnt ihr jetzt einfach sagen, New OnClickLarpist, die Klasse, die ihr eben bearbeitet habt. Und als Plugin nehmen wir wie immer das. Das war's. Mehr macht ihr nicht. Sprung simulieren exportiere ich gerade mal. Hier ist noch vom letzten Tutorial was übrig. Sprung. Finish. Und wir sehen uns in Game wieder. Da ist der Lapis Block. Wir sind hier. Da. Und wir machen jetzt rechtsklick und... Blüb. Wir springen nach oben. Das ist es. Blüb. Ich zeige euch noch kurz was. Wenn ich mich auf Game Out 0 stelle. Bats. Verliere ich keine Leben. Weil ich die Velocity geändert habe. Und das wirkt sich nicht auf den Schaden aus. Ja. Das war's. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich hoffe ich konnte euch helfen. Und wenn ja dann lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Oder abonniert wenn ihr möchtet. Wenn ihr gerne noch mehr Tutorials von mir haben wollt. Zum Thema Bucket Plugin Programmieren. Schreibt einfach in die Kommentare. Ich mache jetzt ja auch sowieso gerade so ein bisschen. Ich arbeite meine Kommentare ab. Und mache so ein bisschen die Tutorials. Die ich noch machen sollte. Wollte. Also ich denke ihr werdet rankommen wenn ihr Fragen habt. Gut. Also in dem Fall. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.